Hey meine Lieben! Ja, heute mal eine ganz, ganz, ganz andere Perspektive. Ihr kennt das Bücherregat zwar, aber mein PC steht ab sofort hier und deswegen werdet ihr ab sofort diesen Hilfangrund haben. Ich hoffe, das stört euch nicht. So könnt ihr euch sehen, wie sich das hier mit der Zeit auch so füllen wird. Ich denke, es ist auch mal ganz interessant zu sehen. Ja, ich habe am Wochenende, heute ist Sonntag, es geschafft, meinen Flur fertig zu machen. Und halt den PC und die Internetleitung hier ins Arbeitszimmer zu verfrachten und deswegen steht jetzt hier alles und ich bin glücklich. Und ja, jetzt muss ich mich beeilen, weil wie gesagt, ich habe ja nur diese 15 Minuten. Und wobei, ich komme gleich mal zu der Frage, die ich habe. Und zwar wurde mir von der Gwen gesagt, dass man ja eigentlich 25 Minuten hochladen darf. Auch wenn man nicht Partner ist. Ja, also ich darf das noch nicht. Es steht bei mir noch nirgendwo da, dass ich das darf. Sie hatte mir das gezeigt, das ist irgendwie so ein blaues, so ein blau unterlegter Text. Der steht bei mir noch nicht. Gibt es da irgendwie eine Regelung? Muss ich eine gewisse Zeit angemeldet sein? Oder muss ich eine gewisse Anzahl von Videos hochgeladen haben, um so lange quasseln zu dürfen? Wenn ihr das wisst, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr das mit ihr da unten hinschreiben könntet. Weil, ja, interessiert mich halt mal so, ob ich mich jetzt noch länger immer kurz fassen muss. Oder ob ich irgendwann mal ganz lange, lange, lange baffeln darf. Nicht wundern, ich habe heute eine Mütze aufgesetzt, weil heute so ein bisschen ein Wet Hair Day ist. Und das wollte ich euch nicht antun. Aber im nächsten Video gibt es dann mich auch wieder ohne Mütze. Ja, legen wir gleich los. Das wird jetzt ein Kaufrausch-Video. Und ich muss es, wie gesagt, sehr schnell machen, weil sonst habe ich meine 15 Minuten schon ausgenutzt. So, fangen wir an. Und zwar war ich natürlich wieder Bücher einkaufen. Und zwar eine ganze Menge. Das ist aber nicht alles von einem Einkauf. Das sind jetzt so die letzten zwei Wochen, zwei, drei Wochen, zwei Wochen, in denen ich so ein paar Bücher gekauft habe, die ich euch gerne zeigen würde. Und zwar habe ich mir gekauft, ähm, das Teil, äh, Teil 2, die Katastrophe. Ich hatte vor einem Jahr oder so mit das Spiel angefangen. Fand das eigentlich ziemlich gut. Hab angefangen, weil Kosti das so empfohlen hat in einem ihrer Videos. Bin dann, wie gesagt, direkt in die Buchhandlung gelatscht. Und hatte mir das dann gekauft und auch durchgelesen und fand das echt super. Und, ja, jetzt habe ich mir Teil 2 gekauft und Teil 3, der Sturm. Und, weil ja mittlerweile echt schon der vierte Teil draus ist, die Prophezeiung, habe ich mir den auch noch geleistet. Damit ich zumindest die bisher erschienenen Bände da habe und dann jetzt auch anfangen kann, die in einem Rutsch wirklich dann durchzulesen. Das sind ja wirklich, äh, relativ dünne Bücher mit, blablabla, lass mich kurz überlegen, ich glaube so knapp 300 Seiten oder so haben die immer. Ne, nicht mal. 265 hat das hier zum Beispiel. Ähm, ja, und die kann man dann gut in einem Rutsch so schön durchlesen. Ich habe auch bald Urlaub, beziehungsweise so halb Urlaub, Weiterbildung und da liest sich das natürlich dann immer sehr gut. Ja, die habe ich mir auf jeden Fall geleistet und die sehen echt klasse Bücherregal aus. So, dann habe ich mir, äh, folgendes, äh, Buch geleistet. Ne, ich sag mal nicht den Titel, ich erkläre mal die Story drumherum. Also ich habe mich ganz ehrlich wirklich geärgert, dass ich, dass ich das Buch gekauft habe. Es war ein Coverkauf, als ich das im Buchladen gesehen habe, habe ich gedacht, boah Mensch, das sieht echt schick aus. Hatte mir das hinten durchgelesen und fand das auch eigentlich ziemlich interessant. bin dann irgendwann nach Hause getingelt und habe mir bei Amazon, habe es dort gesucht und gefunden und hatte mir die Rezensionen und Bewertungen durchgelesen und habe echt einen Schreck bekommen, weil, ja, das Buch doch echt schlecht bewertet wurde und auch ein bisschen zerrissen wurde von den Leuten. Und jetzt habe ich ein bisschen Angst, dass ich das auch doof finden werde und dass es eines der ersten Bücher sein werde, was ich abbrechen werde. Worum geht es denn überhaupt? Ich wabbel hier. Es geht um folgendes, Endzeit von Liz Jensen. Dieses Buch habe ich mir sogar gekauft, obwohl dort folgendes steht. Thriller. Ich bin ja wirklich absolut kein Thriller-Fan und das hat nichts damit zu tun, dass ich dieses Genre nicht leiden kann. Das hat einfach was damit zu tun, dass ich tierischer Schisser bin. Und, ähm, ja, bei so ein Bücher lese ich ungefähr so. Lalalalala. Und mache dann diesen hier, was natürlich sehr dämlich ist, weil man natürlich wissen will, wie es weitergeht. Und, ähm, ja, ich hoffe jetzt ehrlich gesagt, dass dieses Buch nicht so schlecht ist, wie sie alle gesagt. Es liegt auf jeden Fall auf meinem Sohn. So, dann habe ich mir letztens am Bahnhof, äh, im, am Ostbahnhof folgendes geleistet. Ich konnte einfach nicht so um diesen Laden drumherum und bin dann reingelatscht. Kerstin Gears, äh, Fisherman's Friends, äh, Fisherman's Friends in meiner Koje. Ja. Es wandert auf jeden Fall sofort wieder zu diesem Stapel. Dort stehen nämlich meine bisherigen Kerstin Gears Bücher. Und das wird jetzt eins davon. Es ist schön groß geschrieben, es liest sich bestimmt sehr, sehr schnell weg. Äh, und schon alleine durch den Humor von Kerstin Gears wird das ein ganz, ganz schnelles Ding sein, denke ich mal. Und dann habe ich mir jetzt, äh, in dem gleichen Buchladen dort am Bahnhof, habe ich mir den hier noch geleistet. Daniel Glatthauers Gut gegen Nordwind. Ähm, habe ich auch schon ein bisschen angefangen. Und es liest sich ja echt super weg. Und es ist total lustig. Ich weiß, es euch wundert, es ist ein Lesezeichen. Äh, hat mir eine Freundin noch zum Geburtstag geschenkt. So, hm, so ein Fotofix-Streifen oder wie sich das genau schimpft. Ja. Zack. So, dann schnell weiter. Ähm, ich war dann noch irgendwann mal in einem Buchladen, habt ihr aber glücklicherweise. Ich habe es wirklich geschafft. Ich war in einem Buchladen und habe es, ähm, geschafft, kein Buch zu kaufen. Entschuldigung, ich war gerade ein bisschen abgelegt. Aber ich habe mir Folgendes mitgenommen, weil ich, äh, in letzter Zeit viele Rezensionen dafür, dazu gesehen habe. Was heißt viele? Ich habe, glaube ich, zwei gesehen. Aber die hat mich zumindest so interessiert, dass ich mir dieses hier mitgenommen habe. Eine Leseprobe zu Emerald von John Stevens. Und ich habe reingeguckt und ein bisschen zu dem Autor durchgelesen und entdeckte Folgendes. Ähm, John Stevens ist als Drehbuchautor und Produzent bekannt geworden. Er wirkte nach seinem Studium an so erfolgreichen Fernsehserien wie Gossip Girl und Gilmore Girls mit. Gilmore Girls! Ich liebe Gilmore Girls! Und dann steht hier noch erst Philip Pumens Trilogie. Goldner Kompass brachte ihn schließlich auf die Idee, sich mit dem Schreiben von Kinder- und Jugendbüchern... sich dem Schreiben von Kinder- und Jugendbüchern zu widmen. Ja, la, 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 la. So. Fand ich gut. Also, könnte sein, dass ich mir das eventuell auch leiste. Ich habe jetzt zwei Rezensionen von... Also einmal die von Papiertourist geguckt und die von der Glimmerfee Senior sozusagen. Ähm, und die waren ja beide hellauf begeistert und haben gesagt, das ist echt ein tolles Buch und ein Schmuckstück im Bücherregal. Ja, ich bin gespannt. So, dann war ich ja wie gesagt bei einer Freundin und habe mir folgendes ausgeliehen, weil ich euch ja gesagt habe, ich will das mal zumindest ausprobieren, ob mich Evermore... Ja, ob ich das genauso schrecklich finde oder ob zumindest der, diese Reihe von Alice and Noel etwas für mich ist. Also ich habe es mir ausgeliehen und ja, werde dann mal gucken, wie es ist. So, dann habe ich diese Woche ein Buch fertig gelesen und zwar folgendes Buch, Du oder das ganze Leben von Simone Elkeles und ja, die Rezension werde ich dazu nach diesem Video abdrehen und dann könnt ihr euch dazu, meine Meinung dazu auch anhören. Dann habe ich folgendes noch gekauft, ich muss jetzt hier so ein bisschen runterratteln, weil ich sehe, ich habe nur noch, also ich habe schon neuneinhalb Minuten und das ist ja nicht mehr so lange, was ich da noch habe. Dann habe ich hier ein Freundes gekauft, ähm, eine Kette mit einem Herz. Sieht, ah, jetzt habe ich mich selber aufgerollt hier. Sieht eigentlich relativ unspektakulär aus, aber ich finde, fand die so schön, ich musste die einfach mal mitnehmen. Ich glaube, die hat 4 Euro gekostet oder so, also war jetzt auch nicht so teuer, dass man sagen muss, oh Gott, ich habe mich jetzt voll in die Nässe hingesetzt, wenn ich jetzt doch nicht... Ja, ich habe ja noch so ne Herz, äh, Quatsch, so ne Schlüsselkette und ich finde, das passt eigentlich ziemlich gut zusammen, so Herz und Schlüssel. Und falls ihr das nicht so seht, das ist nicht so zusammengemanschtes irgendwas, das ist, das sollen, oder das sind Blümchen und Blätter, so wie ein paar Zweige. Das sieht jetzt für euch wahrscheinlich eher aus wie irgendwie zusammengemanschtes irgendwas. Aber es ist eigentlich ziemlich schön, finde ich. So, dann habe ich noch Folgendes bekommen, nachträglich noch zu meinem Geburtstag, da ist ja nun schon eine ganze Ecke weit her, und zwar diese Lesezeichen. Ähm, das sind diese berühmten Magnetlesezeichen, ich hatte vorher selber noch gar keine und hatte die Eulen, also wie ihr seht, es ist ja was anderes hier drin, vielleicht. Also bevor ihr euch wundert, erkläre ich euch die Story dahinter. Hatte die Eulen gesehen und fand die echt total süß. Und eine Freundin von mir stand neben mir und fand diese Cupcakes total niedlich. So, also hatte ich gesagt, naja, pass auf, dann kaufe ich dir die Cupcakes. Und sie meinte, oder, nee, Quatsch, ich habe gesagt, dann kaufe ich dir die Cupcakes, du kaufst mir die Eulen und dann tauschen wir. Und dann sind wir beide glücklich, weil sie die Eulen halt auch drauf hat und ich die Cupcakes. Ja, so, so war jetzt etwas verquer erklärt, aber ihr werdet es schon verstehen. Auf jeden Fall ist in ihrem Paket sind jetzt zwei Cupcakes und einmal eine Eule, beziehungsweise zwei Eulchen da oben drauf mit einem Buch. Und bei mir halt zwei Eulen und ein Cupcake. Ja, sie hat mir das zum Geburtstag geschenkt, wir haben uns nämlich abgemacht, dass wir uns das gegenseitig zum Geburtstag schenken. Tja, sie hatte noch nicht Geburtstag, deswegen liegt ihr es noch hier. So, und zu guter Letzt, ich hoffe, ich habe jetzt echt nichts vergessen, was ich noch erzählen wollte, aber zu guter Letzt war ich heute mit einem Kumpel erstmal lecker bei Subway essen. Also, ich liebe Subway, es gibt echt kein besseres Fast Food als Subway. Und danach waren wir in der Videothek. So, und anstatt sich wie jeder normale Mensch, wie jeder normale Mensch, ein Video auszuleihen, macht Janine Folgendes. Sie guckt sich natürlich die Videos, die DVDs an, Videos von denen, bitte. Naja, ich habe mir die DVDs angeguckt, die zum Verkauf da stehen. Und es waren folgende. Night and Day mit Tom Cruise und Cameron Diaz. Bevor jetzt irgendwelche Sachen kommen, Tom Cruise, Tom Cruise. Ich mag Tom Cruise als Schauspieler wirklich sehr. Seine Person in der Öffentlichkeit, die er in der Öffentlichkeit darstellt, eher nicht. Nicht, was heißt eher nicht, eigentlich überhaupt nicht. Aber so als Schauspieler finde ich ihn eigentlich ziemlich talentiert und sehr gut. So, soviel zu meiner Meinung. Ihr müsst sie nicht teilen. Ne? Ihr wisst Bescheid. So, und dann habe ich mir nach vorne das geholt. Shutter Island mit Leonardo DiCaprio. Die wurden mir übrigens beide empfohlen von meinem Kumpel. Der hat gesagt, in dem lachst du nicht scheckig. Und der ist bis zum Ende hin spannend und nervenaufreibend. Ich bin ein wirklich großer Fan von The Beach mit Leonardo DiCaprio. Und hoffe natürlich, dass der jetzt auch gut wird. Weil ich gestehen muss, ich war von Inception echt enttäuscht. Ich fand den jetzt nicht so. Alle waren so begeistert. Ich fand den jetzt ehrlich gesagt nicht so doll. Ja, falls ihr meine Meinung zu dem Film irgendwann mal hören wollt, sagt mir Bescheid. Entweder schreibe ich sie euch oder klatscht das irgendwo in den Vlog noch mit rein. Ja. Ich habe jetzt glücklicherweise alles geschafft, was ich euch erzählen wollte. Es ist natürlich alles sehr komprimiert und ohne viel Schlickschlag. Aber ich hoffe, euch gefällt soweit mein Video. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Und wir sehen uns demnächst mit der Rezension von Simone Erkenes. Du oder das ganze Leben wieder. Also, tschüss. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.